Wer ist B-127? Entschuldige, die Verspätung. Ich habe im Stau gestanden. Äh, Optimus? Autobots, zurückziehen! Kommt alle zum Turm! Cybertron ist gefallen. Steigt in die Rettungskapsel! Es sind noch andere Autobots in der Galaxis verstreut. Wir müssen sie erreichen, wenn wir überleben wollen. Optimus, dies ist unser Zuhause. Wir müssen dafür kämpfen. Wir werden weiter kämpfen, aber zunächst müssen wir eine Zuflucht finden. Ich habe einen gut versteckten Planeten entdeckt. Die Erde. Du wirst dorthin reisen und eine Basis errichten. Wenn wir die anderen versammelt haben, kommen wir zu dir. Du musst den Planeten beschützen. Wenn die Decepticons ihn finden, dann ist es mit uns endgültig vorbei. Jetzt geh! Viel Glück, Soldat. Ich verschaffe dir etwas Zeit. B-127. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht nicht. Unser Krieg wütet weiter. Ja, komm mit näher. Überleben! Leverage! Auskriegen! Auskriegen! Deine Mission! Soldat! Werden! Werde ich! Wir werden weiter kämpfen, uns neu aufstellen und unsere Heimat zurückerobern. Doch zunächst müssen wir eine Zuflucht finden. Du wirst zur Erde reisen. Wenn wir die anderen versammelt haben, kommen wir zu dir. Du musst den Planeten beschützen. Wenn die Decepticons ihn finden, dann ist es mit uns endgültig vorbei. Pass auf dich auf, Soldat. Ich werde kommen. Alter Freund, du hast diesen Planeten beschützt. Dank dir haben wir jetzt wieder eine Zukunft, B-127. Bumblebee. 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 Bis zum nächsten Mal.